Witwe Simone Lugner findet Kraft auf dem Wiener Oktoberfest trotz schwerer Umstände Simone Lugner, die Witwe des österreichischen Unternehmers Richard Lugner, hat nach dem Verlust ihres Ehemannes auf dem Wiener Oktoberfest neue Kraft getankt. Trotz der schweren Umstände strahlte sie auf dem Fest und genoss die Gesellschaft von Freunden und Familie. Die 50-jährige Lugner verlor ihren Mann Richard im vergangenen Jahr nach einer langen Krankheit. Seitdem hat sie sich zurückgezogen und versucht, mit dem Verlust umzugehen. Das Oktoberfest in Wien war für sie eine willkommene Ablenkung und Gelegenheit, sich von ihrer Trauer abzulenken. In einem Interview betonte Lugner, wie wichtig es sei, auch in schweren Zeiten das Leben zu genießen und sich an den schönen Momenten zu erfreuen. Sie zeigte sich dankbar für die Unterstützung ihrer Freunde und Familie und versprach, weiterhin positiv nach vorne zu blicken. Das Oktoberfest war für Simone Lugner nicht nur eine Gelegenheit, Kraft zu tanken, sondern auch ein Symbol für den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben. Mit Zuversicht und Optimismus blickt sie in die Zukunft und ist fest entschlossen, trotz der schweren Umstände ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Mit Zuversicht und Optimismus blickt sie in die Zukunft und ist fest entschlossen, trotz der schweren Umstände ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Mit Zuversicht und Optimismus blickt sie in die Zukunft und ist fest entschlossen, trotz der schweren Umstände ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.